Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Thema und zwar ist das TouchWiz 5 und zwar sozusagen eine Galaxy S3 Launcher-Team, also ich nenne es jetzt erstmal Launcher. Und zwar, es verändert nur den Home Screen, also jetzt nicht den Lock Screen, das ist jetzt hier der Originale. Jetzt sehen wir es auch gleich. Die Statusleiste wird natürlich so gelassen und hier sehen wir auch diesen Launcher und ich weiß jetzt nicht, hier sieht man jetzt die Seiten, wie sie wechseln, das ist natürlich wie beim S3. Wir haben, wenn wir jetzt, können wir Widgets hinzufügen, Wallpapers, Applications, Screen Editor, also wir können jetzt auch hier Sachen, noch eine, noch eine, dann können wir halt hier eine Menge Seiten haben. Das können wir auch hier mit Swipen, können wir auch hier auf Entfernen, naja, ist das hier und da. Dann können wir auch den Home Screen anstellen, wo er sein soll. Und ja, ich wollte jetzt nochmal auf die Bilder eingehen, dann gehen wir zum Beispiel auf Wallpapers. Dann gehen wir auf Wallpapers hier, das ist jetzt das, was dazu installiert wird. Dann haben wir hier die Galaxy S4 Bilder, jetzt haben wir hier diesen Jungnamen mit diesen komischen Luftballons und eine Menge, Menge Bilder hier auch von Android, diesen Stock, der Stock Android, also 4.2.2, was es auf dem Nexus ist oder ist auch ICS Wallpaper. Aber wir gehen jetzt erstmal hier auf diesen Luftballon und jetzt sehen wir, die Bilder sind relativ hoch aufgelöst. Und ja, installieren könnt ihr das einfach, da müsst ihr dann so einen Folder haben, also wo ihr ihn dann in eure SD-Karte rein könnt. Den Donutlin gebe ich euch natürlich in die Beschreibung, kein Problem. Ich habe jetzt hier Antec Launcher, Antec Explorer, können wir hier die SD-Karte sehen. Und dann habt ihr hier dieses Comkey Launcher S oder so, keine Ahnung. Dann steht hier oben Galaxy S3. Ich muss das mal scharf stellen, das Handy ist zu groß. Da, Launcher S3 heißt das Ganze. Dann geht ihr auf OK, Install und dann habt ihr hier einmal die Xperia Launcher oder was ihr auch für ein Handy habt. Und dann haben wir den SD-Karte Launcher, den klickt ihr hier drauf und dann habt ihr das. Ihr könnt hier auch sehen, es verändert auch Icons, zum Beispiel jetzt hier die Kameraeinstellung. Ja, Task Manager ist dazu installiert worden und Musik wird natürlich auch geändert. Und man sieht jetzt hier natürlich auch die Animation, wenn man das öffnet, dass das so hoch zweit. Hier können wir jetzt durch die Sachen scrollen, wie ihr gehabt, klären wir in Apps, dann können wir hier in Widgets gehen. Dann können wir aber nur ein Fuller machen, also jetzt nicht die Widgets hier bei Android 4.0 haben, weil ich habe hier 2.3 Punkt noch drauf. Hier können wir auf unsere Downloads gehen. Naja, gut, dann ist das nicht aktiv. Ja, die Oberfläche hier läuft sehr flüssig und sehr stabil, also sie ist mir noch nicht einmal abgestürzt. Ja, Kamera können wir auch alles machen und zwar hat die ROM einen Bug und zwar, oder einen Fehler und zwar können wir jetzt hier den Bildschirm, haben wir hier jetzt geändert, diesen Wallpaper. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt in die Tastensperre gehen und 20 Minuten später, irgendwann mal wieder drauf gucken, hat sich der Desktop verändert. Und zwar dann ist dann zum Beispiel jetzt, sagen wir jetzt mal, hat sich das jetzt auf das hier geändert. Einfach so sozusagen wie bei Windows 7, so eine Live-Karre, in der es da ganz, ganz viele Bilder immer hintereinander kommen. Ähm, aber relativ nicht so schlimm, also ich sag da, mir ist das egal. Ja, ähm, nicht wundern, dass das hier ein bisschen langsamer läuft. Ich habe das Xperia X10, das ist natürlich so ein Mist-Handy, das ist nicht so schnell. Also, ich habe es jetzt hier mal auf dem Geo-Maus probiert, also es läuft eigentlich relativ flüssig. Ähm, ja gut, das war es erstmal wieder von mir. Wenn ihr kommentiert, abonniert, liked mein Video, liked unsere Seite auf Facebook, Playphone heiße und den Link gebe ich euch natürlich auch in die Beschreibung. So, ähm, ich werde die ganze Sache hochladen und dann könnt ihr euch so downloaden und, ja, wie gesagt, das war es erstmal wieder von mir und bis zum nächsten Mal.